Nein! Nein! Die guten Bonbons! Joa, hallo und herzlich willkommen zu FiveFour Wildplay Heute spielen wir ohne Schlafen Heute spielen wir mal ein bisschen Süßigkeiten ein, weil wir unterzuckert sind ein bisschen Süßigkeiten brauchen Wir spielen ein Spiel, das wir noch nie gespielt haben Oh, jetzt hat der hier meine Person geklaut Ja, los, meine geklaut Das bin ja auch ich, du schaust ja nicht aus wie der... Aber ich hab immer... Ich nehm immer den Typen mit grünem T-Shirt So, entweder nehm ich jetzt ein... Dann macht man einem anderen grünes T-Shirt, der hat auch ein grünes T-Shirt Das ist feinische Grün Herr Tutorial Dima, Darum, X Carina oder Obacht, wen nehm ich? Nimm Dima Ah, Dima genommen Darum? Warum? Äh, andersrum Warum Darum? Darum, komm mal her, spiel mal ein wenig mit uns Wie wir da liegen, haben wir so unseren Füßen auf dem Tisch, wie so Bauern Ja, ich bin hier ordentlich, ich bin hier so ganz und ganz ordentlich Ich darfst auch als Gast deine Füße... So, ich muss euch fangen Ihr müsst Süßigkeiten... Dann wieder fangen den Türken Hättet ihr noch gar nicht gespielt? Doch! Das ist doch noch nie gespielt Du musst es so halten, seitlich Wer bin ich denn? Du musst einsammeln und der wieder rauswerfen Oh Gott! Wo muss ich denn hin? Geh zu diesen Bäumen und geh da rauf und warte da Und dann kommt was runter, eigentlich zumindest Ja, jetzt siehst du So, dann geh jetzt runter, die musst du alle einsammeln Wie ist da wichtig? Mit zwei Und mit eins wirst du sie wieder raus Pass auf, wer da oben Oh, 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 oh Da kommt der auch schon, nämlich Die hat nämlich diese Gabeln Und dann läuft sie dann dir her Aber du bist schneller, es sei denn du hast du ganz viel eingesammelt Wenn du ganz viel eingesammelt... Oh Gott! Musst ich viel einsammeln? Ja, wir müssen alle einsammeln Und wenn du direkt bei dem bist Dann musst du mit eins kannst du alle wieder abwerfen Okay, alle Dann bist wieder schneller Alle auf einmal Das musst du machen, wenn er hinter dir ist Dann bist du schnell bist Vorsicht, weg, 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 weg Boah, ich hab nen richtigen Dick-Hat Wir müssen nur noch zwölf einsammeln Haben wir gewonnen die erste Runde Zwölf? Ja, oh Gott! Tadam Aber du kannst doch laufen Du kannst doch laufen Hol dir das, hol dir das Oh, nein, jetzt, oh Nein, 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 nein Ach, ich leb mir doch wieder Hab dich geil, hab dich geil Ich dachte, du bist gut Was hast du? Natürlich bin ich das Ein Leben haben wir noch Ein Leben haben wir noch Und jetzt lass dich nicht fangen Wir müssen hier drauf Komm her, Adina Oh Gott, ich komm, wo bist du? Der ist ja voll weit weg Nein, das ist er schon Der hat halt zwei Der kann nicht einkreisen Und der kommt nicht schon hinterher gelaufen Das wird nichts an der Stelle Da muss er weg Da muss er weg, da muss er weg Oh, jetzt bin ich da gewesen Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Der Oster hat den Kompleten Fuck Der hat zwei auf einmal steuert der Der hat zwei Finger und so Hey, was voll unfair ist Wollen wir sind jetzt zu Ende Ich bin doch gar nicht gestorben Du bist auch gestorben Wir haben zusammen drei Leben Wir haben zusammen drei Leben Wir haben zusammen drei Leben Big Cat habe ich Ah, komm, ich hab noch mal eine Chance Das ist sehr nett von dir Ja, bitteschön Schnapp den Streuch Der Oster hat immer nur Süßigkeiten Und dann muss ich, muss ich verstehen Es sind ja auch Süßigkeiten Jetzt weiß ich, um was es geht hier So Nein, ihr müsst Schau Ihr sammelt halt, müsst alle Insgesamt müsst ihr zu zweit 30 Stück haben Aber schon drin Okay Und wenn ich hinterher bin Musst du schnell wieder wegwerfen Und dann weiter Und dann wieder später halt holen Ja Verstehst du? Ich will hier aber nicht wegwerfen Eigentlich kann ich euch nicht wirklich fangen Weil du kannst Ja doch, du kannst ja wegwerfen Und danach wiederholen Aber dann bist du wieder schneller Wenn du alle weggeworfen hast Dann bist du schneller Das ist ja einer Stelle wieder Genau Und dann kannst du später halt wiederholen Verstehst du? Ja, das ist genauso Wenn ich hier unter dem Baum gehe Da sind auch alle auf einmal dann Na, aber nicht so viele Ey 30 Ja, das sind ja nicht 30 Stück Ey Du musst Teamarbeit machen Ja, ich weiß Das sind auch so zwei Dinger Nur wir finden uns dann nie Weil ich kenn die nicht Na, redet mal miteinander Ja, Urs Das ist immer so wie in der Beziehung Immer die Kommunikationsprobleme Ja, hallo Ich bin doch nicht euer Eheberater Ihr müsst ihr selber reden Gemeinsam Ich muss euch fangen Ja Können wir nicht weniger Bonbons sammeln? Wir schaffen das schon hier Ja, erstmal alles sammeln Imitiert euch das? Nein Das ist doch noch mega ugly So, jetzt gib mir mein Bonbon Scheiße So, hier liegen wenigstens ein paar Erstmal alles einsammeln Er steht hier nicht Lauf weg Lauf weg Lauf weg Lauf weg Lauf weg Lauf weg Egal, egal, egal Lauf einfach Nichts mehr essen Werf lieber weg Im Zweifel Nein, 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 nein Die fette Bär Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh, das war knapp Komm hier, komm hier Nein, lauf weg, lauf weg, lauf weg Lauf weg Oh Gott, nein, nein Nein Ich hab's grad auch weggeworfen noch Im letzten End Nein Lauf weg weg Komm, ihr kriegt noch ne Chance Weil ihr so schlecht seid Ja Jetzt will ich mal Wächter sein Gut Du musst gleichzeitig mit denen laufen Und mit denen hinten springst du dann Ja, du musst uns quasi immer einkreisen Aber Chris von BullshitTV, der hat mit einem hat er uns bekommen Ja, das war klar Weil es ihm zu kompliziert war mit zwei wahrscheinlich, ne? Halt es mal näher dran So, ich find nie diese verkackten Bäume So, das sind aber Sachen Wenn man geil ist, dann geht man halt so zwei Bäume und so Oh Gott, von meinen Seiten und du schaffst es nicht Hä? Du musst ja erstmal abchecken Du hast mich geil eingekreist, aber das war echt lame, dass du mich nicht bekommen hast Ja, das war sehr lame Lame Lalalalalala Lame Oh, oh, oh Nein Nein Fuck Was machst du? Ah, das war doof Digga Scheiße Ah Wo ist ne Os? Wow, wir brauchen nur noch acht Stück Der sammelt einfach die ganze Zeit Der isst einfach Ich hab mich geopfert Wo ist ne Os? Wo ist ne Os? Nur noch drei Stück Oh nein Eins Ich fände keins Nein 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 Fuck Nein 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 Oh Gott, oh Gott Scheiße Wir waren so nah 25 wieder 25 Mann Du musst mehr sammeln Wie viel Zeit haben wir noch? Ich lock ihn weg Ich lock ihn weg Ich lock ihn weg Ja Wir haben genug Zeit Oh, 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 oh Nein 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 Die guten Bonbons Aber jetzt ist mein Kopf hier groß Mann ist das ne Qual Immer wieder alles wegwerfen Oh nein Jetzt sammel 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 Es ist beide hinter mir Einer kommt zu dir Echt? Ja also einer versucht Er zu dir zu bekommen Weg Nein Nicht immer alle abwerfen Doch muss ich Nur so ein paar So geht's nicht Oh nein Nein Da sind sie beide hinter mir Oh jetzt weg Nicht alle abwerfen Ich kann nichts dafür Ich hab immer so Schiss Ich kack mir immer in die Hosen Ich laufe mir ganz viel Erst im letzten Moment muss ich hier wegwerfen Genau Noch 10 Stück Weg Nicht alle wegwerfen Hab ich nicht Diesmal hab ich's nicht Nein Oh Gott Das war knapp Ganz ruhig Ganz ruhig Kommt noch 13 Stück Das muss noch zu Stapfel sein Yes Oh Acht Stück Alles essen Essen, essen, essen Nein Komm schon Noch 4 Stück Ich hab grad nichts essen Nein Nicht alle wegessen Oh Gott Komm schon Fuck Noch ein Herzen Komm es gab nicht Sah sein Wir dürfen das jetzt nicht noch verlieren Scheiße Wir haben beide nichts mehr Der hat voll ein gerasselt Nein Fuck Ah Mann der wrennt voll komisch Auf Sicherheit Auf Sicherheit Was für Sicherheit Mann Ja Ha ha Komm 12 Stück 12 Stück Wir sind wieder nah dran Aber mein Kopf ist so groß Du hast gar keinen Nein Erfolg Nein Konzentrierter Tisi Verdammt Er kam so und siegte Nein Da Siehste meinen Kopf Siehste meinen Kopf Ich hab alles gegeben Ne wir haben ihn ja gewinnen lassen Oh Gott was geil Scheiße Ja aber Hey nicht schlecht Soll wir uns erstmal gespielt haben Kriegst ein Like Äh ja Das war's wieder mit ein bisschen Candy Day Süßigkeiten Wir müssen erstmal Zähneputzen Wir kriegen ein Cardi erst noch Äh was wollte ich selbst noch Spielen sehen Hier von uns und so weiter Dann würden wir sagen Bis zum nächsten Mal Okay Tschai Bis zum nächsten Mal So